Hey ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mir heute überlegt ein interaktives Video zu machen. Ich glaube das heißt so. Und zwar tue ich jetzt hier meinen kurzen Vorspann drehen und dann könnt ihr entscheiden, ob ihr die Vorgeschichte zum Tauschpaket, das ist das heutige Video, sehen möchtet oder einfach nur das Tauschpaket. So wie ich ja gerade eben gesagt habe, haben wir ein Tauschpaket heute zu öffnen und ihr dürft jetzt dann gleich entscheiden, ob ihr die Vorgeschichte von dem Tauschpaket hören möchtet oder nicht. Ihr werdet gleich die Endcard sehen und dann könnt ihr einfach auswählen, auf das Video klicken und dann wünsche ich euch viel Spaß. Danke fürs Zuschauen. Tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017